Wie sind's, in wievielten Monaten? Lächsten Monat. Er lebt ganz gut! Wie sicher ist das denn? 98 Prozent. Ich möchte ganz konkret wissen, was wir jetzt tun können. Man kann das nicht beeinflussen. Was machen wir denn jetzt? Dein Bruder ist schwer krank. Er macht die Natur solche Sachen. Habt ihr eigentlich mal danach gedacht? Das Kind nicht bekommen? Was? Wie redest du mit deiner Mutter da drüber? Aber nicht mit mir! Ist das deine Entscheidung oder unsere? Wir haben eine Mission für dich. Ein Test einer bedeutenden Waffe steht bevor. Wir müssen wissen, was es für eine ist und wie man sie zerstört. Ist das klar? Ja, so.